okay los geht's another dog game the last of us hier mit mad mike von der der prioten bin schon ultra gespannt ist das erste tommy hör mir zu er ist der lieferant ist der lieferant okay ich brauche den job das eine schlechte synchro schon wieder okay wir reden morgen früh okay bis dann rutsch mal rutsch mal rutsch mal rüber warum bist du noch wach es ist spät oh nein wie spät ist es schon längst im bett sein hauptsache es ist noch heute ich habe keine energie dafür bei ihm geht es ja noch halbwegs nee sorry nee an der stelle machen wir direkt stopp äh kleinen cut an der stelle ich habe nichts gegen deutsche synchron und so weiter aber die ist echt brüllig schwer schlecht also sprich wir machen es mit deutschem untertitel und englischem voiceover hört euch das an allein den unterschied am anfang ist unglaublich der blick ist klasse der blick ist klasse der blick ist klasse ja du wirst ja sehr schön aber das ist echt niedlich ja es ist ein survival horror game auf jeden fall versuche so viel wie möglich meine klappe zu halten gerade in der action szenen mache ich dann natürlich mehr kommentare als wenn jetzt zum beispiel gerade gesprochen wird gerade in der action-szenen mache ich natürlich dann mehr kommentare als wenn jetzt zum beispiel gerade gesprochen wird hier ist es natürlich so hier kann ich gut was sagen dementsprechend werde dann mit meiner stimme vorliebe nehmen müssen Scheint zumindest gerade das Intro zu sein, weil eigentlich müsste ja die Welt schon ziemlich untergegangen sein. Hier sieht es noch ziemlich nach Elektrizität aus. Und ja, ich spiele das Ganze hier, nicht vergessen, mit ihm hier. Oh, das ist nicht an. Soll ich mal drücken bei Gelegenheit? So. Achso, das ist schon eine... Ah, laut. Alright. Hallo? Sarah, ich brauche deinen Vater auf den Telefon. Uncle Tommy, was ist es? Ich brauche jetzt mit deinem Vater zu sprechen. Und da ist die Leitung los. Uncle Tommy? Hallo? Was war das alles? Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Gucken wir mal in den Spiegel mal kurz ein bisschen rein. Ha, schön. Also ich muss sagen, seit Heavy Rain bin ich ja sehr verwöhnt, was sowas hier angeht. Ist schon sehr, sehr klasse gemacht. Mal kurz hören. Ja, ist ziemlich tot auf jeden Fall. Mal gucken. Immer schön umgucken. Also jetzt schon am Anfang ist wichtig. Ist echt, echt hübsch gemacht hier. Muss ich einfach mal sagen. Jetzt mal hier. Oh, verdammt. Ich habe es vergessen, zu ihm zu geben. Congratulations, du bist doch kein Fossil. Noch. Das Jet ist noch. Sehr schön. Aber es ist halt cool gemacht. Englisch im Hintergrund. Und wenn man dann draufklickt, dann kriegt man die deutsche Übersetzung. Das ist ziemlich praktisch. Dadurch kann man es also gerade auch so gut genießen. Mein PC oder Mac oder was auch immer. Ein Sitzsack. Sehr nice. Ich mag Sitzsack. Ist ein toll. Ziemlich ruhig draußen, muss ich sagen. Wo wohnen wir denn hier eigentlich? Irgendwo im Outback von New York. Oder wo auch immer wir sind. Dad? Ich finde da große Häuser immer gruselig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber die ist cool, die Kleine. Reibt sich noch die Augen, schwankt ein bisschen hin und her. Ist schon sehr nice gemacht. Okay, Zeitung lesen. Auf dem Klo. Wie ist es gehört? Jetzt haben wir da ein schönes. Hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Anstieg um 300 Prozent aufgrund von mysteriöser Infektion. Die behördlichen Lebensmittelüberwachung vergrößert die Liste der bla 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 bla. Riesige Frohfraktion, bla bla bla. Frau tötet ihren Mann und drei weitere Personen. Das ist interessant. Die Frage ist, wie sie ihn getötet hat. In der Dusche ist das schon mal nicht. Oder Badewanne. Recht klein für zwei Personen. Vielleicht gibt es noch mehr Badezimmer. Hallo, jemand ist zu Hause. Ist da jemand zu Hause? Da leuchtet es. Ich guck mal erst mal kurz aus dem Fenster. Okay, geht nicht so ganz. Man sieht, ist ja wirklich was. Zoomen kann ich auch nicht, wie es aussieht. Ja. Guck mal mal. Aha. Okay, also ist auf jeden Fall nicht hier drin. Aber der Fernseher läuft. Was? Was? Geh, wir gehen alle raus. Da ist ein Gas-Link. Hey, wir werden hier raus. Geh, wir werden hier raus. Geh, wir werden hier raus. Geh, wir werden hier raus. Boom. Das war eine Gasexplosion. Ach, da kann ich L3. Was ist L3 nochmal gewesen? Muss ich mal gucken. Scheiße, ey. L3. Ach, das war Runterdrücken vom Stick. Ist schon so lange her, dass ich den Controller in der Hand gehabt habe. Einen Konsolen-Controller. Oh, da qualmt es aber ganz schön. Das klang jetzt aber auch irgendwie gerade schwul. Ups. Hier trainiert er immer. Okay. Das ist sein Bett. Das Bett sieht auf jeden Fall nicht unberührt aus. Schrank geht nicht. Nee. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Also wir müssen auf jeden Fall eine Wärmann-Region sein. Das ist ein typischer großer Ventilator. Oh, ja. Huf mal lauter. Dann gehen meine Ohren bestimmt noch in einen höheren Tinnitus-Modus. Was ist passiert? Oh, da ist aber ganz schön Kommotion draußen. Drei Police Officer. Vier? Drei? Vier? Hm. Keiner mehr vorbeigefahren. Ah, äh. Nachtlichter sind super. Man hört das sehr schön. Rechts, links immer. Also stereotechnisch ist es schon ziemlich gut gemacht. Hund bellt. Ist nie gut. Ist eigentlich unsere. Da ist das Telefon. Super, hier ist ein Zettel. Ah, okay. Alles klar. Ich würde sagen, es ist Pizzaabend. Defenders Soccer Team. Letztes Zeit festgestellt, dass Fußball doch immer öfter in amerikanischen Serien... Oh, wow, what the... Ja, ich hasse es ja eigentlich an diese blöden Türen zu gehen, aber der Hund ist gerade verreckt. Puh. Nein, endlich. Ja? Ich weiß genau, was da gleich kommt. Mhm. Wieso? Darf ich mal umdrehen? Ja, mich auch. Was ist passiert? Es sind die Coopers. Ich denke, sie sind krank. Was ist krank? Woah. Jimmy? Komm her, komm her. Krass. Jimmy, komm zurück! Jimmy, ich bemerke dich. Oh mein Gott. Okay. Komm, verzieht euch. Oh, ich geh Gänsehaut. Das ist total krass. Wie so komische Lichtstreifen da. Okay, erstmal raus hier. Oh Gott, danke. Das ist der Typ, der mich angerufen hat. Jede Wette. Ist lustig, ich steuere das Gegenteil momentan. Können wir bitte gehen? Das ist der Prolog momentan. Du sagst mir, was passiert? Nachher. Hey Sarah. Wie hältst du dich? Ich bin gut. Können wir uns auf der Radio hören? Ja, sicherlich. Danke. Ah, das Telefon. Kein Radio. Ja, wir machen gut. Bewegen, wie es aussieht. Warum sind wir nach links? Sie sagten, äh... Wir haben immer noch keine Radflöcke auf der Highway. Keine Richtung in die Travis County. Wir müssen die Hölle rauskommen. Sie können mich in anderer Uhr umgucken. Oh, da geht es aber wieder ganz schnell ab. Eins, zwei... Sorry für das Geld. Es ist nicht langweilig. Es ist einfach wirklich müde. Genau. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was passiert. Wir haben keine Ahnung. Wir sind nicht die einzige Stadt. Erstens sagen sie es nur das Süd. Jetzt gehen sie über den Osten und den Westen. Ah, das ist ziemlich uncool, was hier passiert. Das ist Lewis' Farm. Ja, das war wohl eher seine Farm, würde ich mal sagen. Ich bin sicher, er hat es gemacht. Scheiße. Gute Frage. Gute Frage. Sie sagten, es sind nur Leute in der Stadt. Wir sind gut. Das stimmt, er hat es gemacht. Wir sind gut. Vertraue mich. Okay. Wir sehen, was wir wollen. Was du denkst, was du machst? Weiter fahren. Ich habe ein Kind, Joe. So machen wir. Aber wir haben Raum. Hey! Hey, stopp! Stopp! Weiter fahren, weiter fahren. Nicht anhalten. Alles nur nicht weiter. Also, geht nicht. Jemand anderes kommt. Komm mal. Du solltest ihm helfen. Ja... Es ist... Es ist... Es ist halt jetzt... Survival of the Fittest, sag ich mal. Und da ist auch wieder ein... Ach so, ist das Krankenhaus? Oh, sorry. Schon wieder gehen. Das ist schlecht. Alle und ihre Mutter hatten die gleiche Idee. Alle und ihre Mutter. Alle Idioten hatten die gleiche Idee. Als die Übersetzung geschwoll. Hey, was zur Hölle, Mann? Los geht's! Boah! Da kommen wir niemals durch. Oh, scheiße! Das sind ziemlich aggressive Zombies. Oh, fahr, 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 fahr! Nee, ich habe es nicht gesehen. Boah, scheiße! Ey, die Kleine kriegt ja richtig den... ...den Dreh weg. Einen richtigen Schock weg. Faaaking her. Das ist eine gute Frage. Oh, Moment. Wir fahren in die Richtung. Wir können hier nicht stoppen, Tommy. Ich kann nicht wirklich durch sie fahren. Sie sind zurück da! Sie sind hinter mir auch! Da, da, da! Halt auf! Geh! Daddy? Hey! Hey! Dreh weg! Hey! Oh, das ist ein Schock! Ich bin wirklich entschuldigung. Du bist ein Schock! Du bist ein Schock! Oh, das ist ein Schock! Nein! Ja! Oh! Tja! Ich bin wirklich ein Schock! Ich bin wirklich sorry. Warte, 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 warte. Ich hab nichts machen, es war immer noch Katze. Danke, Kumpel. Komm, komm, gib mir deine Hand. Was ist das? Mein Lach kürzt. Du musst nicht gehen. Geh, 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 geh. Lauf, lauf, lauf. Ich will immer zurück gucken. Es ist immer noch neugierig für sowas, sorry. Oh, meine Nase kitzelt's. Alter Schwede, was ist der fucking Kulof? Geht's hier ab? Ich muss in die Flammen schauen. Jetzt haben wir von links. Glaube ich, oder? Scheiße. Was geht denn hier ab? Amadillo Theater. Das ist ein Kino. Da brennt ein Wagen. Noch mehr Explosionen sind ein... Ah, shit. Ah, ganz kurz. Geht noch mit einer Hand. Wow, 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 wow. Komm, komm, komm. Weiter, 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 weiter. Wow, 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 fuck, fuck, fuck. Dankeschön. Super. Wie schnell wir in der Lage sind, Leute zu erschießen, ist auch immer sehr, sehr krass. Okay, super. Der Zaun hält noch ein bisschen ab. Lein da. Oh, von links, von links kommen sie, von links. Oh, von der Mauer. Durch, durch, durch. Geh zu. Geh zur Straße. Geh, du hast Sarah. Ich kann ihn nicht verfahren. Ich werde dich da finden. Ich kann dich da treffen. Wir können ihn nicht verlassen. Wir werden gut sein. Ich dachte, ich könnte mich umdrehen in dem Moment. Jetzt noch mal laufen. Danke. Hey. Mann, ich habe ein Kind hier. Ja, super. Er kriegt die Befehle, sie zu erschießen. Irgendeinen Arsch gibt es immer da oben. Ach, immer. Einer blöde Penner, ey. Ich hätte in dem Fall die Befehle ignoriert. Tommy, oder? Was? Oh, ne, 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 ne. Nein, 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 nein. Die Geräusche alleine, oah. Oh, scheiße, ne Bauchwunde. Oh, das tut so weh. Oh, das tut so weh. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. Oh, Mann, ey. Scheiße. Oh, nein, 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 nein. Oh, Gott. Ja. Please, 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 don't do this. Please, don't do this, please, don't do this. Ist ein bisschen schwer zu lesen. Ist ein bisschen schwer zu lesen. Ich bin schon schwer zu lesen. Ich bin schon schwer zu lesen. Oh, das ist eine Art Zivilgruppe, die sich gegen uns schreit. Erinnerst du, wenn du in der Schmerzen bist, schau dir das Licht. Glaubst du in die Feuerflüge? Ja, jetzt geht's wohl richtig los. Ja, im Sommer. Ja, was ist das denn? Klar, Sommer und Sommer. Klopf, klopf. Schlechter Traum. 20 Jahre ist das. 20 Jahre. Aber wir leben noch. Das ist eine Menge Zeit. Ich komme. Tommy? Wir müssen du. Geht so. Das ist eine gute Idee. In der Zwischenzeit kann man was trinken hier. Wo warst du, Tess? Ah, Tess. Okay, alles klar. Das ist cool, dass die Zwischensequenzen sind. Ja, das ist cool, dass die Zwischensequenzen sind. Wie Filme von der Einstellung her. Ist ja. Es soll heißen, einfach die Kameraeinstellung auf die Personen. Was ist das? Das ist lustig. Wir müssen wissen, wer sie sind. Ja, sie sind ein paar keine, sie sind nicht. Was ist wichtig ist, dass Robert sie verdient. Wir sind. Er weiß, dass wir nach ihm sind. Er weiß, dass er uns zu holen. Er ist ein Mann. Wer ist Robert? Er ist nicht so smart genug. Ich kenne, wo er schwebt. Wie wie du machst. Ein altes Schwerhaus in der 5. Ich kann nicht sagen, wie lange. Ich bin bereit, jetzt. Ja? Ich bin bereit oder nicht. Hier komme ich. Du kannst schlafen. Ja, aber hauptsache die amerikanische Flagge hängt noch. Typische Kamerafahrt von oben nach unten. Ganz langsam. Dabei theatralische Musik einblenden. Und Action. Ja, okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. So, mit links. Genau. Ich muss die verdammten Pfeifen heute Morgen. Ich habe für außerhalb der Arbeitgeber entschieden. Hm, schön. Die Soldaten müssen sich außerhalb unterhalten. Ich werde sicher, dass sie ihnen das erzählen. Ja, frei. Ja, es ist die Rebellion, die Feierfleißen ist wohl. Ganz schön übel. Ihr müsst euch mal vorstellen. Es gibt keine Müllabfuhr mehr. Es gibt keine Kläranlagen mehr. Oh, alter Schwede. Klimaanlagen gehen nicht mehr. Hm. Hier rechts an der Wand. Fireflies. Was ist denn hier los? Was machen wir denn da? Ja, es ist Hazzard Suits. Das heißt, sie untersuchen die jetzt, ob die infiziert sind, würde ich sagen. Alles in Militärhand. Ich meine, ist klar. Aber seit 20 Jahren. Krasse Scheiße. Was... Okay, der ist wohl auch sauber. Ja, clean. Halt sie vor. Halt sie! Halt sie! Halt sie. Halt sie! Den haben sie erschossen. Ey, ist das krass. Ich gehe da mal lieber weiter. Ja. Das bedeutet nur, dass mehr Menschen schlafen. Ich habe uns alle neue Pfeile. Sie sollten uns keine Stattik geben. Sie sind cool. Ja, also ich will es nicht, was ich sagen. Dann, dann lieber Jobprobleme haben und mich damit rumschlagen, als sowas hier. Ich muss wohl Leben kämpfen, in der Art. Was ist dein Geschäft hier? Ich habe den Tag aus. Ein Freund zu besuchen. Ich gehe einen Freund durch. Danke. Ich gehe einen Freund durch die... Oh, wow, wow. Firefly ist nicht mehr sein, oder? Ja, Firefly ist. Raus, raus, raus. Darf ich mich jetzt bewegen? Ja, gut. Okay, nach L und X. Für schneller Dreh... Ah, für schneller Dreh. Wir müssen gucken, ob das geht. Könnte irgendwie jetzt nicht funktionieren hier. Ja, ich gucke ja in einer Zeit immer die Flammen haben, aber irgendwie... Es klappt nicht. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Ja, ist egal. L2 gedrückt, das ist der hier. Nee, warte mal, welcher? Der hier ist das. Okay, alles klar. Links klar, aber ich muss überlegen, was 1, 2, 3 immer ist. Ah, so geht das. Okay, alles klar. Gut, dann jetzt hier. Wo muss ich lang? Jetzt habe ich nicht geguckt, wo es lang ist. Wo ist denn die? Am Zaun bestimmt nicht. Ich muss da vorbei. Hallo? Scheiße. Äh, ja, genau. Ich versuch's doch. Ich würde ja gerne. Lässt du mich mal durch? Okay, hier komme ich anscheinend nicht durch. Gerne, wo muss ich denn hin? Tess. Tess, wo bist du? Hier? Ah, da. Okay, alles klar. Rein da. So. Ja. Ja, das ist schon mal super. Ah, jetzt weiß ich, wie ich mich heilen muss, es scheint. Okay, das war schon mal klasse. Okay, das ist auch ein guter Punkt, hier mal einen guten Cut zu machen. Wir schauen dann gleich, wie es weitergeht. Ich lese mir das noch ein bisschen durch und dann geht's weiter. Ein bisschen durch und dann geht's weiter. 在 있을的 da. Ich lese mich. Ja. Ja.